Tino Kessler, war es am Schluss ein Lucky Bounce, der den Sieg gebracht hat? Ja, am Schluss der Schuss ist sicher ein wenig glücklich. Ich glaube, über das ganze Spiel war es nicht lucky. Ich glaube, es war sehr ausgleichen, es konnte auf beide Seiten fallen, aber wir wollten es mehr und das zählt am Schluss. Sie hatten im Mitteldrittel die ein oder andere gute Möglichkeit. Ist man besonders froh, dass es mit dem Sieg geklappt hat? Ja, ich glaube, man ist immer froh, dass es mit dem Sieg klappt. Ja, ich hatte gute Chancen. Schüsse muss noch etwas genauer werden. Vielleicht müssen wir noch etwas mehr vor das Goal, etwas bessere Screens haben und dann kommt es gut. Ist das Spiel so gelaufen, wie ihr das eigentlich erwartet habt? Ja, wir haben es erwartet. Es ist ein schnelles Spiel, sehr Schlitschonläuferisch und ich glaube, der, der am Schluss mehr Energie hat, gewinnt dann. Danke vielmals.